hallo meine lieben nach einer ekelhaften gottlosen unnötigen corona erkrankung mit verlust meines geruchs und geschmackssinns bin ich jetzt endlich wieder in der lage für euch einen film zu machen ein video zu machen mit duft beschreibung ja das hat mir auch gefehlt so aber ich gebe jetzt mal mein bestes und zwar weil es mein bestes natürlich auch sein soll habe ich mal ganz ganz was neues raus gesucht weil es gibt eine marke die mich tatsächlich schon länger interessiert wo ich aber irgendwie immer ein bogen drum herum gemacht habe warum weiß ich auch nicht vielleicht weil sie so gar nicht präsent ist in der duft kerzen community und da dachte ich mir genau deshalb will ich die jetzt mal ausprobieren ja bin ich jetzt einfach mal gespannt so und zwar die rede ist von stonewall home kerzen beziehungsweise stonewall home düften wachsen und ich habe mir tatsächlich mal die gesamte palette das sind 20 dürfte die habe ich mir hier in weltform mal besorgt und die werde ich jetzt alle für euch hier verschlüffeln jawohl ich hoffe meine nase macht mit und auch meine stimme weil ein bisschen angeschlagen bin ich leider immer noch wenn ich zwischendurch also huste oder mal so ein bisschen schlecht spreche nicht wahr da ist es schon dann seht mir bitte nach ihr wisst ja ich und meine erkältung das ist uns gibt es nur im doppelpack so aber weil das 20 dürfte sind werde ich jetzt gar nicht lange rumfaseln sondern werde jetzt rucki zucki damit mal beginnen so hier haben wir als erstes apple orchard apple orchard wir sollen haben rote äpfel apfel holz und süße birnen blüte und das ist tatsächlich wir haben einen sehr schönen apfel duft haben wir hier ein sehr schöner frischer auch mit einer leichten säure und es sind auch wirklich rote äpfel ja also den unterschied zwischen roten und grünen äpfel kann man ja tatsächlich sehr gut riechen das sind tatsächlich rote äpfel apfel holz eine holzige note habe ich jetzt nicht so sehr aber was ich tatsächlich rieche ist auch birne jetzt weiß ich nicht ob birnen blüten auch nach birne riechen das sage ich ganz ehrlich aber was ich rieche ist definitiv auch ein schlag birne hier drin insgesamt ein toller fruchtiger duft nach apfel und birne nach roten äpfel und birne gefällt mir sehr sehr gut ich gucke mal ob ich das schätzchen hier auch mal ausdrücken kann dann kann ich das von der rückseite auch schnüffeln ah ja da wird es noch mal intensiver und hier habe ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen das holz also wenn man sich manchmal mit dem duft nicht so ganz einig ist hilft es ihnen tatsächlich rauszumachen und mal von der rückseite zu schnüffeln ah ja doch also rote äpfel birne und auch ein holziger einschlag das ganze sehr sehr schön frisch lecker saftig wie ich finde mit einem hauch parfümigkeit aber nur ein fützelchen ein müh und mir gefällt der duft sehr sehr gut so wir machen mal gleich weiter oh jetzt kommt was das sollte eigentlich direkt etwas für mich sein nämlich balsamwurz wir haben hier kiefern balsam wacholder zeder und bergamot das klingt eigentlich echt nach was für mich ja das ist was für mich entschuldigung wie gesagt husten ist leider immer noch geblieben sehr hartnäckig das ist ein ganz also er ist richtig schön leute das ist hier wirklich ein ein kiefernduft ich habe es ja schon ein paar mal gesagt in anderen videos man riecht wirklich also tanne kiefer fichte und so weiter das riecht ja tatsächlich anders das ist zwar alles tannig als solches aber sie haben tatsächlich andere nuancen noch sie riechen also man kann sie wirklich unterscheiden am duft und hier haben wir wirklich kiefer und balsamtanne balsamtanne ist auch sehr schön weich in vom tannenduft her ja also sehr schön dann auch wirklich so eine grüne note explizit noch mal dazu von wacholder und eine gewisse leichte herbheit von der zeder und bergamot gibt dem ganzen durch so eine also gibt dem einfach so eine frische lebendigkeit das riecht im prinzip wirklich wie so ein frisch ab und abgebrochener zweig ja von kiefer so also ja auch sehr schön ich habe gehofft dass der du fast für mich ist also balsam woods ein wirklich toller sehr authentischer kiefernduft schön grün bisschen holzig sehr schön frisch das ganze wirklich kiefernduft mit ein bisschen cremigkeit von der balsamtanne dabei sehr sehr schöner duft so jetzt kommt noch ein kandidat der mich auch sehr interessiert und zwar kaschmir kaschmir dürfte sind ja auch so eine leidenschaft von mir was haben wir denn hier leder wasser zitrus früchte und bergamot wollen mich fertig machen sehr schöner sehr schöner duft weich leder ist da würde ich aber sagen geht in richtung wildleder und das sehr gedeckelt also man riecht dass eine lederkomponente drin ist aber das ist jetzt nicht so die feiste bikerjacke sage ich mal ja sondern es ist tatsächlich ein sehr schönes weiches kuscheliges leder wasser gibt tatsächlich so eine gewisse frische mit rein so eine so einen leichten aquatischen moment ja und zitrus früchte und bergamot gibt dem ganzen halt eben auch noch mal frische so mit hellen spitzen nach oben sozusagen insgesamt trotzdem aber ein ein sehr ein wirklich schöner kuscheliger duft der trotzdem eine menge frische beinhaltet gefällt mir ebenfalls sehr sehr gut ganz wunderbar kaschmir war das also bisher die ersten drei dürfte mein lieber schuldig fertig hier so kommen wir jetzt zu cinnamon and spice cinnamon and spice da haben wir zimt nelke mandarin ja ja wir haben ganz klar zimt zimt ist ja absolut federführend das ist also eine ordentliche zift zimt bombe sage ich mal nelke ist auch da aber tatsächlich sehr verhalten im hintergrund aber sie ist da mandarin also einen fuchtigen moment habe ich hier nicht das muss ich wirklich sagen also ich habe hier ein zimt duft in erster linie wirklich ganz weit vorne zimt duft mit nelke verhalten im grund und das ganze in einer frischeren ausgabe sage ich mal da könnte man so ein bisschen die mandarin drin vermuten durch ihre säure gibt sie hat sicherlich durchaus auch eine gewisse frische in den duft rein aber ich muss sagen weder mandarin noch zitrus noten noch sonst irgendwas rieche ich jetzt explizit aber der duft hat trotzdem eine gewisse frische es ist also nicht so dumpfer zimt sage ich mal sondern sehr frisch ja ja doch also und je öfter ich dran rieche desto mehr bin ich überzeugt dass die mandarine dafür diese frische drin sorgt also cinnamon and spice so kommen wir jetzt um das könnte auch wieder was für mich sein driftwood falls ihr seht ich gehe das ganze wirklich so ein stück weit alphabetisch durch das ist jetzt also einfach alphabetisch bei mir jetzt mal sortiert und driftwood ist auf jeden fall auch ganz weit vorne wir haben treibholz sesamöl amber und baumwollblüten also ich muss jetzt so als zwischen fazit mal ganz klar sagen ich hätte also ich habe als ich in augsburg war bei american heritage habe ich an den stonewall düften auch gerochen und da waren einige dabei ja die haben mir gefallen aber die haben mich jetzt nicht umgehauen ich muss aber auch dazu sagen dass ich als ich da war ich war also wie soll ich sagen wie so ein schmetterling auf blütenwiese ich bin da von geduft kerze zu duft kerze geflattert und habe meine nase also ungefähr so groß weil ich an allem geschnüffelt habe und da gingen die düfte sicherlich auch ein gutes stück weit unter ich bin froh ich bin gerade richtig froh dass ich die mir extra nochmal hierfür zu hause geordert habe weil ich erst jetzt so richtig mitkriege was für tolle düfte dabei sind schande auf mein haupt ehrlich aber ist so wie gesagt im laden hatten mir schon einige gefallen aber in diesem allgemeinen schnüffel waren in dem ich da verfallen war gingen sie einfach ein bisschen unter hier jetzt so geballt bin ich echt mega froh dass ich die hier habe toll und auch dieser duft dieser driftwood ich habe holz ich habe amber und ich habe baumwollblüten das heißt ich habe was weiches hier ich habe einen schönen weichen holzigen duft sesamöl gibt so eine so eine ganz besondere note rein die ich echt nur ganz schlecht beschreiben kann die ich aber bisher definitiv in noch keinem treibholz duft gerochen habe herrlich ich könnte mich gerade nicht satt schnüffeln ehrlich das ist ein ganz toller weicher verzeihung ein ganz toller weicher duft der aus den driftwood dürften die wie ich sie so kenne echt hervor sticht weil er auch so ein bisschen durch diesen baumwoll anteil so ein bisschen auch in so ein frische wäschemoment hat ist das ich meine also das ist jetzt kein weichspüler duft nicht falsch verstehen aber er hat was sauberes was weiches was kuscheliges holziges baumwoll anteile und amber machen das wie gesagt geben dem diesem holzigen nehmen diesen holz komplett die herbeid sehr sehr schön ein toller duft driftwood ich glaube ich mache mal kurz eine pause und dann mache ich weiter so da bin ich wieder zwangspause ich habe mal ein bisschen aufgerüstet haben wir was zu trinken geholt so wir waren bei driftwood stehen geblieben ich sage es noch mal ein mega duft gefällt mir ebenfalls sehr sehr gut mensch so machen wir mal weiter jetzt kommt fresh cucumber gurke agavenblatt und meersalz jetzt erwarte ich mal richtige power bombe an frischheit ja das haben wir auch so ja also wir haben hier wirklich einen sehr schönen frischen duft ich rieche wirklich gurke und ich rieche auch die agave mit so einer schönen grünen nuance und mehr salz gibt wirklich etwas sehr frisches rein noch mal zusätzlich zu der gurke also noch mal richtig schönen frische kick dennoch muss ich sagen ist es kein da sagen wir mal scharfer duft also nicht scharf im sinne von chili schrote sondern von frische frische kann kann ja manchmal auch sehr scharf wirken so sehr ich will nicht sagen stechend aber so was in der richtung wenn er versteht was ich meine das haben wir hier gar nicht das ist also kein scharfer frischer duft also kein kein wie soll ich sagen jetzt nicht so brüllend aquatischer duft fürs badezimmer oder so sondern wir haben ja tatsächlich in sehr schönen grünen frischen leicht wässrigen duft ja also so mit so einer schönen wässrigkeit der gurke und er ist mild also nicht ja also der duft ist mild das ist er hat frische und hat trotzdem eine gewisse mildheit dabei das gefällt mir sehr gut also ebenfalls fresh cucumber könnt ihr kaum lesen weil das so blendet ebenfalls sehr sehr schön eine tolle umsetzung für einen aquatischen duft oder für einen sehr frischen duft für so einen gurke duft finde ich den sehr gelungen so kommen wir jetzt zu einer nächsten domäne von mir wäschedüfte fresh leinen fresh leinen da haben wir sie wieder die baumwollnoten und zachtes book und ein zachtes bouquet von frischen blumen ich probel mal ein bisschen bis ich das hier draußen habe ja hier haben wir also wirklich eine sehr schöne baumwoll ja ich würde sogar so weit gehen und sagen leinen note ja also so richtig kräftiges leinen das riecht richtig wie so frisch gestärkte weiße bettlaken ja also richtig sauber und kräftig und dazu haben wir wirklich einen einen sehr schönen zarten misch aus blumen und einen ordentlichen schuss pudrigkeit und eine leichte parfümigkeit das ist tatsächlich ein frischer wäscheduft das könnte definitiv auch ein weichspüler sein oder sagen wir mal sogar vielleicht eher waschmittel weil es diesen sehr starken sauberen leinen effekt irgendwie auch hat ja aber sehr schön ist tatsächlich in meiner regel der frische wäschedüfte ich finde ich habe davon wirklich ordentlich viele das könnt ihr mir glauben weil ich liebe frische wäschedüfte da bin ich echt auch ein bisschen pingelig weil nicht jeder gefällt mir weil ich die halt eben so mag aber ja es muss halt wirklich frische wäsche sein wisst ihr was ich meine das heißt es muss irgendwo auch leinen baumwolle sowas zu riechen sein und das habe ich hier sehr 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 gut drin vertreten das ist ein sehr sehr schöner duft es ist auch obwohl ein sehr sehr kräftiger leinen eindruck hier ist hat er trotzdem durch diese pudrigkeit auch eine schöne weichheit also was mir so ein bisschen auffällt ist dass diese dürfte hier alle sich irgendwo auch so ein bisschen wie soll ich das sagen die bedienen oft beide seiten dieses kräftige von irgendetwas und gleichzeitig abgemildert durch etwas zartes anderes das finde ich super reizvoll an dieser marke das ist ein kräftiger leinen duft der trotzdem nicht in your face ist also nicht 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 nur leinen sondern durch diese pudrigkeit wunderbar abgemildert wird ja so dass ein insgesamt ein ein toller frische wäscheduft entsteht also verschleinen kriegt von mir auch volle punktzahl ehrlich also bisher war für mich noch nichts dabei was mir nicht zugesagt hat wenn was kommt sage ich euch da sage ich euch ganz ehrlich so wir machen mal weiter mit honey vanilla ja honig honig vanille ich bin gespannt das sind also vanille mag ich ja ganz gern honig ja geht so brauche ich aber nicht zum leben ich muss mal gucken was sie da drauf gemacht haben okay ich habe hier eine sehr süße vanille also eine eine hat so was von vanille zucker wenn ihr wisst was ich meine wenn ihr so eine tüte vanille zucker aufmacht dran schnüffelt so ähnlich habt ihr das hier und dazu honig es ist süß ja aber eine echte honig note ach so ich habe gar nicht vorgelesen was da drin sein soll wildblumen honig kokosmilch und vanille hier entschuldigung hatte ich gerade vergessen ähm honig ich tue mich ein bisschen schwer also er hat süße und es mag auch in richtung honig tendieren man merkt also dass das jetzt nicht von zucker kommt die süße sagen wir es mal so aber dass ich sage oh da ist aber honig drin so würde ich das nicht sehen aber was ich tatsächlich auch habe ist eine leichte kokos note ja also für mich ist das in erster linie ein kokos vanille duft muss ich ganz ehrlich sagen mit einem möchte gerne noch etwas stärker sein den honig moment aber trotzdem ein schöner duft ich ich weiß ich weiß ja ja diejenigen von euch die schon öfter filmchen von mir geguckt haben wissen ganz genau kokos und elli geht gar nicht zusammen da habt ihr auch völlig recht aber es gibt ausnahmen und hier würde mich diese kokos nuance wirklich nicht stören weil sie sehr verhalten im hintergrund ist und trägt einfach zu einer gewissen cremigkeit bei dieser duft hat auch eine menge cremigkeit ja also für mich ist hier die vanille wie gesagt so eine so eine wie so eine vanille zucker vanille ist für mich hier ganz klar dominierend dann kommt kokosmilch also diese kokos und milch gibt diese gewisse cremigkeit mit rein und im hintergrund habe ich halt eben diesen ja diesen süß moment der nicht unbedingt als honig zu erkennen ist insgesamt aber trotzdem ein sehr leckerer duft muss ich ganz ehrlich sagen honey vanilla also wer vanille mag und und so diese cremigen geschichten und so weiter ohne dass es jetzt zu foodie ist muss ich auch ganz klar sagen das ist jetzt kein kuchenteig duft oder sowas überhaupt nicht der ist damit sicherlich gut bedient so kommen wir jetzt zu lavender fields ja lavendel ich liebe lavendel was haben wir denn hier lavendel zitrusfrüchte jasmin und moschus ja wir haben lavendel auf jeden fall ich habe hier aber auch den jasmin und den moschus gibt nicht nur weiche rein sondern tatsächlich auch so eine ganz andere richtung fast so ein bisschen was nachher möchte ich nicht sagen aber es geht so in die richtung es hat so gar nichts mit floralität zu tun ja ja das ist also und und lavendel riecht man auch aber das ist kein vorreiter hier also ja das ist recht das ist ein sehr ausgewogener duft die komponenten sind da drin sehr gleichmäßig verteilt man riecht sie alle irgendwie die zitrusfrüchte geben so leicht helle spitzen rein die rieche ich jetzt nicht unbedingt als zitrone oder sonst oder sonst irgendetwas sondern die geben allgemein so hellere spitzen rein so eine leichte frischheit sage ich mal und ansonsten lavendel jasmin moschus sind sehr sehr gleichwertig hier und es ist tatsächlich ein lavendel duft wie ich ihn auch so abgemischt noch nicht gerochen habe gefällt mir aber gut diese variante wäre nicht unbedingt meine lieblings lavendel variante muss ich sagen aber gefällt mir durchaus weil es so komplett anders ist ja und weil es nicht dieses typische lavendel ist wo sich bei manchen die lavendel nicht mögen ja schon die nasenhaare kräuseln wenn sie nur irgendwas davon aufmachen ja also das ist eben nicht es ist keine lavendel bombe sondern mit jasmin und moschus sehr schön abgemischt so dass man merkt es ist lavendel drin aber wie gesagt es ist nicht also das ist hier nicht nicht der der vorreiter den gibt es hier gar nicht insgesamt macht dieser duft für mich den eindruck als könnte es eine sehr schöne seife sein es hat auch was sauberes ja das könnte jetzt also ich könnte mir jetzt auch vorstellen diesen block zu nehmen und mir damit die hände zu waschen das riecht auch wirklich wie eine sehr schöne seife also nicht so billig exemplar sondern eine wirklich schöne angenehme hochwertige seife ja also gefällt mir je öfter ich dann rieche immer mehr lavendelfields so was kommt denn jetzt lavendelfields das könnt ihr wahrscheinlich kaum lesen da steht lemon merengue lemon merengue so was haben wir denn da da haben wir zitrone orange vanille punkt ok hier haben wir tatsächlich einen foodie duft weil durch die vorhandene vanille die hier sehr foodie mäßig ist geht es für mich so ein in richtung zitronenkuchen ja wenn ich zitronenkuchen mache dann riecht es tatsächlich sehr ähnlich wir haben ja also eine einen schönen zitronigen duft wirklich wirklich auch von zitrone also nicht lemon und nicht limette oder sondern das ist wirklich zitrone die wir hier haben wir haben tatsächlich auch so ein ganz leicht orangigen einschlag ja aber in der art dass es den duft diesen zitronen duft einfach nur noch mal unterstützt in seiner ja in dieser zitrus haftigkeit ja orange sind ja auch zitrus früchte und das trägt einfach zum zum wie soll ich sagen zum vervollständigen des duftes bei ja ja und dann kommt am ende die vanille die hier sehr süß der foodie mäßig ist und gibt dem ganzen tatsächlich so ein kuchen mäßigen touch riecht aber sehr lecker ihr wisst foodie dürfte und ich wir müssen nicht unbedingt hand in hand laufen brauche ich jetzt auch nicht in der in der lampe würde ich jetzt auch mit diesem duft nicht machen aber was ich ganz klar sagen muss wenn ich kuchen backe zitronenkuchen rieche ich das sehr gerne und das riecht dann so nur zusätzlich so halt im raum wenn ich keinen kuchen essen kann dazu würde ich mir das jetzt nicht an machen weil wenn ich sowas rieche dann möchte ich das auch gerne essen und dadurch dass das wirklich lecker riecht ja wäre es also tatsächlich kein kandidat in meiner lampe widerspricht sich jetzt oder nein tut es nicht wirklich riecht wirklich gut lemon meringue wirklich ein sehr schöner foodiger zitronenkuchenduft sage ich mal so oh jetzt habe ich ein bisschen angst maple pumpkin butter ahorn ne doch ahorn kürbis muskatnuss und nelken ich fürchte jetzt kommt der erste duft der nichts für mich sein könnte ich habe es schon aufgemacht ja das ist also für freunde die ahorn und kürbis lieben und sowas ist der duft sehr gut weil das ist beides sehr sehr kräftig vorhanden also maple pumpkin ahorn kürbis haben wir hier wirklich satt ja und auch muskatnuss und nelken sind da geben eine leichte würzigkeit rein mehr hat dieser duft auch gar nicht ich glaube mehr braucht er aber auch gar nicht also für leute die diese dürfte mögen hat er glaube ich alles was er braucht eine gewisse süße hat er dabei durch diesen sirup ja 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 und wie gesagt eine gewisse würzigkeit durch muskatnuss und nelken ihr bekommt das was drauf steht maple pumpkin butter ja das ist kein duft für mich das muss ich sagen jetzt müsst ihr mich mal kurz entschuldigen ich muss kurz was trinken sonst hält nämlich meine stimme nicht huch so und ein paar dürfte habe ich noch vor mir und ich habe mir wirklich im kopf gesetzt das heute durchzuziehen jawollo so deshalb mache ich jetzt immer auch fix weiter oh jetzt kommt wieder was das könnte was für mich sein ocean dunes ocean dunes wir haben meeresbrise orangenblüte tuberose und amber jo ich sag komm raus das ist ein toller duft sehr schön frisch wirklich meeresbrise also man hat hier wirklich was sehr aquatisch luftiges wirklich wie so diese frische brise am meer aber das habe ich hier tatsächlich als aller aller erstes sehr sehr schön so dann habe ich tatsächlich eine gewisse florale note drin ob das jetzt unbedingt orangenblüte und tuberose ist könnte auch was anderes sein ist aber glaube ich bei diesem duft auch überhaupt nicht wichtig ist nur wichtig dass er tatsächlich florale anteile hat und das hat er hinter dieser unglaublichen mehrigen frische diese luftige mehrige aquatische frische diese dieses als würde der wind um die nase wehen das ist toll getroffen das fasziniert mich gerade ja und amber gibt unten wie ich schon gesagt habe so als ambivalenz so eine weichheit rein also dass es nicht nur brüllend frisch ist oder so und mehrig sondern dass unten tatsächlich eine schöne weiche note kommt also das ist ein ganz toller duft der wirklich den namen ocean dunes verdient weil man hat wirklich das gefühl man steht irgendwie so in den dünen und hat diese frische meeresluft vor allen dingen diesen wind in diese kühle diese dieses transportiert und einem das so richtig in die nase weht das ist hier sehr sehr gut getroffen dazu diese leicht floralen noten die da sind geben dem ganzen echt was was ja sehr angenehmes schönes dazu zu dieser frische die da ist und amber macht das ganze nach unten schön weich hervorragend ocean dunes gefällt mir gefällt mir sehr gut mach nochmal kurz eine pause und bin gleich wieder da so nach frisch geputzter nase und noch einem schluck trinken bin ich jetzt wieder für euch da so was kommt denn jetzt jetzt kommt papaya melon papaya melon so was haben wir denn da papaya, süße melonen, ananas und kokosnuss ja wir haben hier tatsächlich papaya und melone beides da und ich rieche auch die ananas die gibt wirklich so dieses ganz typische ananas flair rein und die kokosnuss sitzt unten drunter also da findet man wirklich alles in dem duft was ich gesagt habe papaya, süße melone, kokosnuss und auch die ananas das ist wirklich alles zu riechen ist ein schöner frischer duft riecht so ein bisschen wie so ein wie so ein fruchtsalat so ein bisschen aus eben diesen genannten komponenten ja ist frisch lecker ja riecht so wie das was drauf steht papaya und melen so einfach kann es sein so was haben wir denn jetzt rainy days und das könnte vielleicht wieder was für mich sein moschus bergamot lilien und amber rainy days ups ah ja ok das ist ein sehr frischer badezimmer duft wirklich blau frisch aquatisch der gehört ins badezimmer ganz klar ja eine gewisse parfümigkeit ist da das ist ein sehr typischer aquatischer blauer frischer badezimmer duft also mehr kann ich dazu gar nicht sagen weil moschus bergamot lilien amber ja lilien riecht man doch ja finde ich und der rest ist einfach eine mischung wie es einfach diese aquatischen düfte so in sich haben wo man meistens nicht explizit irgendetwas raus riechen kann ihr kennt das vielleicht auch so diese typischen aquatischen düfte diese blauen die so sehr frisch sind kann man meistens nicht wirklich irgendetwas explizit heraus schnüffeln da macht es einfach auch dieser gesamteindruck um den es da geht und so ist das hier auch ja wie gesagt lilien die kann ich ganz klar identifizieren ja aber der rest ist tatsächlich ein sehr schöner wie ich finde blauer aquatischer frischer für mich perfekt ins badezimmer passender duft rainy days gefällt mir sehr gut weil ich mag diese aquatischen blauen düfte habe ich auch eine ganze reihe von und der hier ist passt da perfekt rein ist wirklich ein toller kandidat aus dieser riege so was haben wir denn jetzt noch jetzt haben wir wir sind jetzt wieder am strand sandy beach sandy beach bevor ich das schnüffle nehme ich nochmal einen schluck ich hoffe ihr seid mir nicht böse dass ich dieses video so mache so angeschlagen aber ich wollte einfach nicht noch länger warten um wieder ein video machen zu können und vor allem ich habe mich so gefreut als heute morgen meine nase tatsächlich wieder volles programm funktionierte das könnt ihr euch nicht vorstellen die letzten tage es kam immer mal eine nuance dazu und ich habe mich gefreut wie ein schneekönig wenn ich irgendetwas riechen konnte und wenn es auch nur für einen moment war und heute morgen wurde ich wach und ich roch auf einmal alles wieder da habe ich gedacht und heute muss ich das video machen komme was da wolle ich hoffe ihr seht zu mir nach dass ich das so ein bisschen auch verhuste aber ich muss das einfach machen mir fehlt das ja auch mensch euch zuzuquatschen hier so also nochmal sandy beach wir haben kokosnuss ok sandelholz amber und moschus ja also hier haben wir ganz klar eine kokosnuss und zwar eine sehr cremige kokosnuss sehr cremig das ganze auch mit einer gewissen süße ja und sandelholz amber und moschus geben eben diese cremigkeit hinein und machen das ganze sehr schön weich das ist also ein sehr weicher cremiger fast schon body lotion mäßiger kokos duft so in der art kann ich mit kokos tatsächlich gut leben ich mag es halt nicht wenn es in diese foodie richtung geht wisst ihr dann brauche ich das echt nicht aber so hier in dieser kombination mit dem sandelholz dem amber und dem moschus wenn das so in diese richtung pflegend geht body lotion so dann kann ich damit richtig gut umgehen und daher muss ich tatsächlich sagen dass ich den duft echt nicht schlecht finde was mir gefällt ein kokos duft wo ist der stift ich glaube ich muss da mal was rot im kalender einkreuzen ist aber echt so ich finde den gut verdammt ist ein toller cremiger weicher kokosnuss duft ich bin gerade etwas von mir selber überrascht merkt er vielleicht auch weil das hätte ich jetzt nicht erwartet sandy beach ein sehr schöner weicher cremiger so in richtung body lotion tendierender kokosnuss duft der mir wirklich gefällt der mir wirklich gefällt hätte ich jetzt nicht erwartet so was haben wir denn jetzt sea salt mist sea salt mist salzige wassernoten und alpenfeilchen blüten das klingt nach nicht viel und wenig spektakulär aber das ist ein ganz toller frischer floraler und tatsächlich meeresbriesen duft ich finde den gerade ganz entzückend also anders kann ich das gar nicht beschreiben der ist für mich irgendwie wirklich irgendwie entzückend und gefällt mir sehr gut ich habe hier wirklich einen schönen frischen leicht aquatischen frischen und tatsächlich auch so ein bisschen seesalzigen ja so seesalz also dieses meeresalz das ist ja tatsächlich auch ein stück weit zu riechen ne salzige wassernoten das trifft es einfach hundertprozentig das sind salzige wassernoten frisch etwas wässrig salzig und dazu kommen tatsächlich diese zarten alpenfeilchen blüten das ist eine superschöne mischung den ich irgendwie total entzückend finde ich weiß auch nicht ich finde den irgendwie ich kann es nicht anders sagen fast niedlich also ich finde den gerade richtig toll ja der ist hat schön was frisches und dieses florale dazu das ist irgendwie weiß ich nicht hat irgendwie was was hübsches was unglaublich hübsches man könnte meinen dass er ganz leicht in die femininen richtung geht sicherlich durch die alten feilchen ja es hat auch so einen ganz zarten parfümigen anklang aber nur sehr zart das ist keine parfümbombe keine sorge ja hat was feminines mega winzig parfümiges und dazu diese mehrige wässrige frische und diese wirklich zauberhaften alpenfeilchen gefällt mir sehr sehr gut sea salt mist so shoreline aber wir sind immer noch am ozean was haben wir hier ozeanische noten jasmin lilien und äpfel shoreline ihr seht also das meer lässt uns noch nicht los das ist wieder ganz anders aufgestellt aber ich merke schon dass auch der mir gefällt ja auch hier haben wir wirklich wässrige salzige noten oder wie sie es hier nennen ozeanische noten das würde ich hier tatsächlich sogar noch unterstreichen weil ozean für mich noch ein bisschen mehr diese spezielle frische hat kann ich schlecht beschreiben ehrlich gesagt aber genau das habe ich hier man könnte auch sagen dass das so ein blauer so eine blaue nuance ist ja ihr habt da also nicht nur mehrige salzluft sondern das ganze mit so einem blauen moment dabei ja so eine blaue nuance dabei noch und dann kommen die blüten mit jasmin und lilien äpfel man erahnt sie also wenn man weiß dass sie drin sind kann man sie erahnen weil man weiß in welche richtung man denken muss wenn man schnuppert und dann findet man die äpfel aber wenn ich jetzt nicht gewusst hätte dass da äpfel drin sind wäre ich auch nicht drauf gekommen muss ich ganz ehrlich sagen also als solches klare apfelduft oder so ist hier nicht zu erwarten der unterstreicht dieses florale mit so einer leichten säure einfach ja macht das florale da drin etwas voller aber aber dominant sind ganz klar diese frischen ozeanischen noten mit diesem wässrigen meersalz diesen blauen tönen dabei das ist hier ganz klar der vorreiter ja und das ist sehr gut getroffen für mich ist das ebenfalls ein duft der gut sehr gut ins badezimmer passt ja ja das ist für mich ein ganz toller hervorragender duft der ins badezimmer passt der wirklich diese diese frische dort transportiert ebenfalls auch sehr sauber der duft auch das finde ich ist immer ein gutes zeichen wenn etwas gut ins badezimmer passt wenn es so blau ist sauber aquatisch wässrig und so weiter das ist er auch aber im gegensatz zu den rainy days die wir vorher hatten ähm ist das hier tatsächlich mit meersalz versetzt also da merkt man wirklich ganz klar die ozeanischen noten und shoreline also küstenlinie sozusagen trifft es sehr sehr gut den namen also wirklich so was haben wir denn jetzt noch tarragon and basil jetzt kommt was würziges nehme ich an estragon basilikum minze und warmes zedernholz das klingt interessant also ich habe hier tatsächlich estragon ich habe hier tatsächlich basilikum und ich habe hier tatsächlich minze und das ganze ist eine irre kombi was durch die minze sehr viel frische hat durch die kräuter sehr viel grüne anteile hat warmes zedernholz unten drunter da sind wir wieder bei dem was ich vorhin schon immer sagte gibt so leicht diesen gegenpart und macht das ganze nach unten rum wieder etwas weicher aber nicht viel also dieser duft ist tatsächlich frisch grün kräuterig minzig und das ganze ist wie ich finde mega küchenduft also besonders toll finde ich tatsächlich diese grünen kräuter von basilikum und estragon da drin dass man beides riecht und äh die minze dazu das ist äh finde ich ein bisschen strange aber es gibt dem ganzen diese unglaubliche frische rein und man riecht sie halt auch also das ist ein mega schöner küchenduft ähm sehr kräuterig sehr frisch schön grün wie gesagt mit minze und ähm ich finde den irgendwie total interessant also vor allen dingen basilikum also basilikum kommt mir tatsächlich immer wieder am meisten entgegen stück weit ja wenn ich aufmache das allererste was ich wahrnehme ist basilikum ein schöner kräftiger grüner frischer basilikum dann kommt estragon dann kommt die minze und unten drunter haben wir die weiche zeder toll gemacht so haben wir jetzt noch tea rose tea rose rosenblüten zitrusfrüchte vetiver tea rose ja mit rose bin ich ja auch mal so ein bisschen vorsichtig das ist gerne mal für mich so ein duftkiller der alles platt macht ok wir haben ja also ganz klar rose da beißt die maust keinen faden ab wir haben hier ganz klar rose und zwar haben wir eine schöne rosane das ist also keine tiefrote samtrose so ein schwerer rosenduft der gerne mal kopfschmerzen macht wenn ihr wisst was ich meine sondern wir haben hier diese leichte rosige schön verspielte rosenvariante man könnte auch sagen kennt ihr wisst ihr wie hagebuttenblüten riechen hagebutten sind ja auch ein rosengewächs und wenn die blüten im sommer blühen dann gibt das so einen tollen rosigen duft das ist so ein leichter schöner verspielter rosiger duft wie ich finde den ich also stundenlang riechen könnte ohne probleme zu bekommen und genau diesen duft haben wir hier anders wäre das mit diesen schwarzen samtrosen wisst ihr dieses was so sehr sehr der also bei mir gerne dann auch für kopfschmerzen sorgt das haben wir hier nicht gott sei dank sondern wir haben diese schönen frischen rosan verspielten hagebutten rosen was ich wunderbar finde weil den duften mag ich zitrusfrüchte unterstreichen hier diese helligkeit diese leichtigkeit dieser rosenblüte ja also man riecht sie nicht explizit sondern sie unterstützen hier wirklich diese leichtigkeit des rosenduftes ja und vetiver gibt nach unten so ganz leichten holzigen klang rein so ein bisschen was was so ein bisschen wieder das ganze runter holt aber nur minimal nur ganz minimal hauptsächlich ist das tatsächlich ein sehr heller schöner leichter wie gesagt leicht nicht im sinne von schwach sondern leicht im sinne von verspielten rosenduft ja also nicht das schwere und das mag ich sehr gerne den du finde ich toll und was ich tatsächlich auch habe was hier in der beschreibung zwar nicht auftritt mehr das ganze heißt ja tea rose also tea rose und tatsächlich hat man hier so ganz leichten anklang von tea drin also den riecht man auch da ist tatsächlich ein hauch von tee mit drin und den duft finde ich ganz also der der hat für mich was zauberhaftes der ist ja schön verspielt sehr angenehm sehr sehr angenehm so ein schöner wie soll ich sagen so ein unkomplizierter duft den man wirklich an macht und der kann durchs ganze haus wabern und man riecht ihn mal hier und man riecht ihn mal dort und überall fühlt er sich wohl kennt ihr das toll gefällt mir sehr gut tea rose ein sehr schöner verspielter weicher ja schon fast lustiger rosenduft mit so ein bisschen tee drin also ich finde den zauberhaft ja so möchte ich den nennen zauberhaft gefällt mir sehr gut so zum letzten kandidaten winter white das könnte jetzt wieder etwas für mich sein mit balsamtanne und zitrusfrüchten und ich bin gespannt ja hier haben wir wirklich eine balsamtanne das heißt also eine tanne mit weichem tannenduft mhm aber ich muss sagen hier haben sie kräftig in die zitrusfrucht äh kiste gegriffen für mich tatsächlich ein tucken zu viel ja also gewünscht hätte ich mir eine schöne balsamtanne die wirklich die wirklich dominant ist und dann durch zitrusfrüchte so ein bisschen aufgepeppt wird ja das wäre jetzt ähm mein wunsch gewesen tatsächlich habe ich hier zitrustanne äh 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 ich nenne sie sogar schon so zitrustanne balsamtanne und zitrusfrüchte sehr sehr gleichwertig normalerweise finde ich das immer sehr schön wenn düfte sehr ausgewogen sind wenn etwas sehr gleichwertig ist in diesem fall würde mich aber die zitrusnote tatsächlich ein stück weit stören für mich ist sie hier drin zu stark aber das ist mein persönlicher geschmack muss ich dazu sagen ja ja es ist tatsächlich sehr gleichwertig drin und ähm das ist mir an zitrus zu viel also für mich wäre der duft jetzt so nichts da fand ich den ersten den balsamwurz vorher am anfang der war klasse der war mega ja hier sind mir leider die zitrusfrüchte zu stark white winter auch wenn es eine schöne balsamtanne ist also ein schöner weicher tannenduft ähm wie gesagt für Freunde die diese mischung mögen und es vor allen dingen damit auch sehr frisch zitrisch mögen diese mit dem duft sehr gut aufgehoben für mich persönlich wie gesagt ist es ein bisschen zu viel an zitrus deshalb wäre er jetzt nichts für mich ähm aber insgesamt trotzdem kein schlechter duft also das würde ich so nicht sagen nur für mich persönlich wäre er nicht unbedingt was so ihr süßen und bevor ich euch jetzt hier noch stundenlang weiter vollhuste mache ich jetzt mal feierabend mache ich jetzt mal feierabend das waren 20 düfte von stonewall home ähm wie gesagt ich bin froh dass ich sie mir alle nochmal besorgt habe ähm weil als ich bei melken helltage war wie gesagt sie sind mir aufgefallen aber sie gingen in der allgemeinen schnüffelwut von mir unter und ich muss sagen als Fazit ähm ich bin wirklich begeistert also ich und ich frage mich gerade warum diese ähm Firma nicht präsenter ist muss ich ganz ehrlich sagen also für mich steht fest da sind definitiv düfte dabei äh die ich warm ausprobieren werde und ähm ähm so wenn ich aufgemacht habe kam sie mir auch nicht schwach vor oder sowas oder zart oder irgendwie so ähm insofern bin ich sehr gespannt darauf wie sie performen werden wenn ich sie warm mache und ähm da freue ich mich drüber und ich bin gerade sehr froh dass ich die habe haha so ich hoffe ihr hattet Spaß entschuldigt bitte nochmal vielmals dass ich euch so viel voll gehustet habe aber ich war einfach nur glücklich dass ich endlich wieder riechen konnte und endlich wieder ein Video machen konnte für euch ja so ich hoffe ihr hattet Spaß ich hatte wahnsinnig viel Spaß allein nur schon weil ich endlich wieder riechen kann und ich hoffe ihr bleibt mir gewogen ihr bleibt mir treu empfiehlt mich gerne gerne weiter und bis zum nächsten Mal ihr Süßen machts gut tschüss tschüs tschüss 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 zew situación bloggen tschüss tschüss